Was ist dir heilig? Die Freiheit. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, um überhaupt leben zu können. Dankeschön. Was ist dir heilig? Das Leben. Ganz kurz das Leben. Alles, was mit Leben zu tun hat. Und als Christ glaube ich, dass das Leben auch von Gott kommt. Oder Gott das Leben ist. Manche nennen das auch Liebe. Also damit ist das Leben für mich heilig. Ich gehe erstmal auf das Wort heilig selber, woher das kommt. Das heißt eigentlich ganz. Was zu meinem Leben gehört. Was mein Leben ganz und heil macht. Das sind weniger Dinge, die ich gebrauchen kann, obwohl die ja auch wichtig sind. Sondern es sind in der Hauptsache Beziehungen. Mir sind Beziehungen wichtig, möchte ich auch sagen, die mich weiterbringen. Wenn ich es konkret werden soll, dann sage ich, das ist meine Gemeinschaft, zu der ich gehöre als Franziskaner. Das ist die Kirche. Das sind meine Freunde. Oder, ja und letztens sage ich es Gott, der macht mich ganz heil. Ich bin ein paar Mal in den Ura. Das ist die Kirche. Das ist der Kirche. Das ist der Kirche. Vielen Dank.